Und da sind wir wieder. Zurück. Ja, ah ja, ich habe jetzt vier Gold. Gut, ich brauche nur eins. Ich brauche nur eins. Trotzdem nur ein Gold. Ein einziges verkacktes Gold. Ja, aber grün, da leben noch drei. Ach so, Loll. Okay. Warte, warte, warte. Wenn du der Gold findest, gibst du mir das? Fünf Gold, geil. Nämlich, ich möchte mir den besten Bogen machen. Wir werden angegriffen. Vermutlich. Warte mal, da hole ich mir auch was zu futtern. Warum Äpfel? Mann, ich will keine Äpfel. Ist das ja auch egal. Hat dich so eiskalt blau gekillt. Oh, ich habe noch ein Gold. Aber das lasse ich mal da rein. So wie das, das, das. Okay, jetzt muss ich erst mal mein Inventar aufräumen, so. Äh, das kommt da auch rein. So. Auf jeden Fall. Hier kommt das Schwert hin. Hier kommt der Bogen hin. Die Spitzhacke. Das hier. Das hier. Davon brauche ich was. Dann kommt hier meine Blöcke hin. Ey, da bist du. Warte, ich könnte dir ein Gold geben, wenn der noch hier drin ist. Ah, nichts. Da waren gerade zwei Gold drin. Mist. Was hätte ich? Von wem? Ähm, unterwegs. Gehen die Mütze weg. Weg. Ja. Ja, abgeduldigt. Ich kill die alle jetzt mit meinem Bogen. Nein, die nicht in die Mitte. Warum nicht? Dann wächst schon nur mit mir. Warte, warte, warte. Ich brauche jetzt einen kleinen Bogen. Alter, wir haben auch einen eigenen China-Drachen. Cool. Ich gehe zu blau rüber. Soll ich zu blau rüber? Soll ich zu blau rüber? Ich will zu grün. Ich will zu grün. Geil. Ich habe einen getroffen. Von weiter Entfernung. Soll ich bau uns jetzt hier so? Scheiße, die ballern mir nicht hier weg. Pass auf. Was heißt das? Warte, ich baller die weg jetzt. Bams, 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 Bams. Scheiße. Alter, noch ein Schuss und ich bin auch tot. Dem OP-Bug. Ich spare jetzt auf meinen Scheiß. Da kommt Team Blau, Team Blau, Team Blau. Team Blau kommt. Ich brauch verdammtes mehr. Ich brauch nur mehr Gold. Ich brauch Gold. Ich muss mir den letzten Bogen holen. Ich muss mir den letzten Bogen holen. Nein, ich bin unten. Ich bin tot. Scheiße. Mit alles drum und dran. Fuck. Wir sind scheißegal. Ich habe keinen Bock mehr. Ah, cool. Hier ist Rüstung drin. Ich renne jetzt einfach durch, ne? Ich rushe jetzt. Ich rushe aber jetzt durch. Scheiß drauf. Ich rushe. Willst du Schwert? Hier, da, Schwert. Fuck, du. Wo ist denn Schwert? Ich rushe jetzt. Scheiße. Ich habe nur einen halben Herz. Ich bin tot. Ach Gott, die sind genau hier bei uns. Ja, ach. Blitzmerker. Ja, shit, kannst du laut sagen. Ich habe zwei Gold. Hier ist aber einer. Ich kann nicht mehr. Hier, so. Ich brauche noch ein bisschen für den Bogen. Komm schon. Boah, du Monk. Ich habe ihn auch. Wer hat ihn? Ach so, Dunkel. Komm schon. Noch ein bisschen Gold. Gib mir nur ein bisschen Gold. Nein, ich wollte den Wechsel schlafen. Und ich werde hier immer wieder untergedockt. Was mir total auf die Nerven geht. Und es wird zum Glück noch nicht abgebaut. Das ist so geil. Akku, ich habe drei Gold. Gleich kann ich mir wieder einen Bogen machen. Oder soll ich auf den Nackt Bogen sparen? Warum nicht? Warum nicht? Das ist total gut. Warum? Kein Bogen. Bogen ist total, gell? Das ist total gut. Warum? Die werden nicht draufgehen. Wir müssen die abballern. Ja, aber guck mal. Ich mache mir wieder alles. Wenn du den Bogen mit 4 Gold holst, der hat keinen guten Rückschlag. Wenn du die aus einem Schwer holst, dann haust du die so weg mit dem Rückschlag. Guck, ich habe jetzt einen Rückschlag und dann kann ich auch nicht. Gut, ich renne dann einfach gleich in die Mitte von 11 Gold. Äh, Eisen. Kommt der? Ja? Hast du gekillt? Kill. Ah, ich habe 5 Gold. So, jetzt ruhig mir dieses geile... Ja, warte. Ja, warte. Nein, ich habe ein Eisenschwert. Das ist eine Rettungsplatte hier, ne? Denn sie hatte einen Rettungsplattenstab. Alter, ich hatte richtige Leck. Ich gar nicht. So, ich will mal, wie viel kostet so ein scheiß Rettungs... Rettungs... Warte, ich muss... Ich muss mir... Ich muss gucken, wie viel eine Rettungsplatte kostet. Drei Gold. Ich speize auf drei Gold, dann habe ich eine Rettungsplatte. Geil. Ich speize auf drei Gold, weil... Ähm... Hä? Ich habe ein Eisenschwert. Ja, dann ist er noch besser. Oh, drei Gold direkt. In der Truhe. Die sind blau so raus. So. Ja, jetzt hole ich mir einen Rückstoßstab. Die Welt vom Blau ist frei. Die Welt vom Blau ist frei. Die Welt vom Blau ist frei. Liegt da Gold? Nein, ich möchte die nicht raushauen. So. So. Wow. Hier wurde was gesprengt, ja? Wir haben den Weg zum Mittelweg gemacht. Geil. Ohne Scheiß jetzt ist es so geil. Die Runde ist einfach... Perfekt. Bitte. Wir werden jetzt nicht angegriffen, wenn ich an diesem... An meiner Rüstung sitze. Warte mal. Das kommt hier hin. Wir. Warum sind wir raus, hä? Kannst du mir eine Rüstung, muss ich mir eine Rüstung schwarz machen? Ja, warte. Ein Rüst... Ah ja, ich hab den... Warte, hier, guck mal. Komm mal zu mir. Komm zu mir. Komm, 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 komm. Put, 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 put. Hier. Hier. Der liegt da. Scheiße. Scheiße. Der liegt da. Kacke. Guck mal, ich warte hinterm Villager. Und wenn die da sind, kill ich die. Ich hab die alles an. Alter, die haben das P-Bogen. Oh, P-Bogen. Ja, nö. Jetzt hab ich hier so ein Scheißschwert hier da. Achtung, die kommen, die kommen, wenn die kommen. Warte, wenn die kommen, schlägst du einen runter? Ja, ich hab den Rüstung geschlafen. Was ist das? Woher kommen die Kacke? Wie kann man das machen? Jetzt schnell, schnell, geh drauf, geh drauf. Ist er, ist er tot? Gut. Der zweite ist aber noch nicht tot. Oh nein. Alle anderen sind... Der kann mich nicht treffen, ne? Der kann mich nicht treffen. Oh, wie, lol. Brauch ich nicht. So, ich schuhe mir jetzt was zu futtern, Alter. Pass drauf, der trifft mich nicht. Hast du ihn? Warte, ich mach dir einen, komm, komm zu mir. Wieder? Mann, komm, komm doch zu mir. Komm zu mir, komm zu mir. Komm zu mir. Komm, gib mir Rüstung. Da. Hast du paar Blöcke für mich? Ich kann den paar machen. Okay, ich muss aber jetzt sagen. Hier. Hier. Aua. Achtung. Schmeiß einfach raus. Der hat schon. Nein, der hat. Ich bin noch eingeschossen und mich bin tot. Aber ich noch nicht. Ich hab'n Gold. Ich hab'n Gold. Ein Gold, geil. Warte mal. Wir müssen warten, bis er hier reinkommt. Dann kill ich den nämlich. Oh, ich hab' auch ein Gold. Warte mal. Ich sneakle nämlich jetzt. Ich baue mich hier ein. Warte. Ich baue mich hier ein. Und wenn ich mich hier eingebaut hab, dann... Ist der? Nein, ich bin nämlich hier versteckt in diesem Kasten. Von allen Seiten. Warte, da kommt einer. Aber zieht sich durch. Er braucht sich durch. Und ich, ich hab' ihn. Ich hab' ihn fast. Ich hab' ihn fast. Ich hab' ihn. Nein, ich bin tot. Was wird das? Oh. Schnell. Nein, ich bin tot. Okay. Ja, ich hab' einen runtergekickt. Ja, ich hab' einen. Ich renne aus der Base, ne? Nein. Hilfe. Alter. Vater. Alter. Olli. Lala. Ich bin hier oben. Okay, ich verpiss mich. Ich renne Mitte. Mitte ist keiner. Scheiße. Ja, ich hab' dir einen rausgehauen. Mit was? Ich renne Mitte. Ui. Wie viel Gold hier liegt? Nein, da kommt einer mit dem Schwerste. Ich springe extra aus der Welt. Bist du doof? Nur noch einer von uns lebt. Und wer ist das? Wo bist du? Wo bist du? Ja, warte. Ich bin das Mitte. Oha, wie viel Gold. Mal, vier. Acht. Mal, auf wen soll ich gehen? Ach. Hi, like the creeper. Hi, ich bin hinter dir. Ach, cool, hi. Alter, den erwischen die nie. Die suchen den bestimmt gerade. Ich baue mir ein bisschen Glas ab. Wo? Im Haus? Alter, war hier gerade eine Verwissnung. Hä? Hier ist ein Roter noch drin, ne? Mal. Zack. Wo ist denn der jetzt? Alter, der ist total gut in Bad Wars. oder? Alter, komm, die Runde wird langweilig. Schlafzellern. Ja, okay. Ich bin raus. Ja, das war's. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal. Das war's.